willkommen zurück zu let's play south park ich habe keine ahnung wo wir stehen geblieben sind aber ich glaube wir kamen gerade aus so super blubba boba keine ahnung ich kann mir den namen nie merken egal wir wollten die mini karte öffnen nein das ist nicht die mini karte das auch nicht erst mal für deinen abseilen okay das war untersuchen ich steuere hier ist mini karte genau wir wollen zu crack rüber sprich mit super crack in cracks haus alles klar wir müssen einmal komplett die straße runter das sollten wir schaffen attacke konnte ich nicht irgendwie briefkästen schlagen hey das hatte ich voll vergessen stimmt das konnten wir im ersten teil nämlich auch hallo 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 ich will ein selfie lauf nicht weg nein ich bin doch so selfie geil damit guck mal ich hau sogar die briefkästen für dich kaputt hallo 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 das war jetzt ein selfie machen wir jetzt ein selfie ja und aber ich will ein foto machen warte hua schnell 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 ah sie ist schon weg war das nur sie oder nicht egal tippel 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 oh ha oh ha oh 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 Wir gehen einfach ganz vorsichtig dran vorbei Nutze eld um gegnern zu visieren okay drück hübschen gegen ein furz ins gesicht zu werden auch geil Drück hübschen um angewiderten gegnern eine zu verpassen auf die fresse du Bartelt okay wartet wir haben sich kaputt Komm den machen wir kaputt Zeig mal her boy eigentlich eigentlich den hier ne 18 16 16 das heißt wir nehmen wie immer den 18 Piu 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 Oh Gott iiii ein Flutschfinger Aber ich hab doch ne Kapuze auf Wenn du A während eines gegnerischen Angriffs drückst füllt das seine Ultimativanzeige schneller und aktiviert deine Gesundheit wieder Herstellung Okay Boah na zumindest ist er angewidert und brennt Ach geil wir können jetzt mit Humankind angreifen Geil Ah aber hier ist blockiert hier können wir nicht Okay hier können wir auch nicht Ziehe Verbündete in deine Nähe und heile sie Cool Äh schützt ein Teamkollegen Hm Ich bin mir grad nicht sicher Aber doch komm wir schützen meinen Teamkollegen Wow Geil Wir sind geschützt Attacke Huh Oh nice Diesmal haben wir richtig getroffen Oh nein Bitte tu uns nichts Aua Ja Ja Was will er mit seinem Tittenswirbel machen so Ich würd ganz gerne mal das hier probieren Ziehe Verbündete in deine Nähe und heile sie Zeig mal her Okay Es geht nicht Es geht nicht Da müsste er wahrscheinlich vor uns stehen oder was Ah aber Können wir hier rüber gehen Ne können wir nicht Schade Ich muss ja mal ein bisschen rumprobieren Nein Hier gibts kein Zeitlimit Okay der war nicht so gut Bringt trotzdem 30% geschützt Oder 30 Punkte Aber warte Warte mal Hier genau stößt Feinde eine Spalte zurück Zurück Ja Kannste mal sehen So Jetzt kann ich nämlich auch endlich mal mit dem Kollegen hier angreifen Piu 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 Oh Ha Ok Attacke Ja kriegst du aber nicht Nur viertklässer haben Laser Okay, komm, machen wir ihn fertig. Ja, geil. Booyah. Hey, Heldenrein, Stufe 2. Geil. Okay, Mobbermatscher, besiege 10 Sechsklässler. Okay, erstmal wieder alles kaputt hauen. Hallo, wollen wir ein Selfie machen? Achso, deine Eltern mobben dich. Ausnahmsweise. Yay, Peter Mullen. Ja, oder? Ja, glaube ich nicht. Wollen wir erstmal sein Haus durchstöbern? Weil ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Können wir doch gleich erstmal hier einbrechen. Oh, hallo. Hallo. Fangen wir trotzdem Selfie. Ach, schade. Ach, das ist... Ich will ihn aber nicht an sein kleines Projekt. Ist er zu Hause? Ne. What the fuck? Hallo. Ich mach gar nichts. La 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 la. Düm tü düm tü düm. Düm tü düm tü düm tü düm. Ich bin gar nicht hier und ich suche die Schränke. La 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 la. La 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 la. Das würde ich niemals nicht tun. Oh, Behindertentoilette! Schwierigkeitsgrad 4 oder was? Ui. Ja, das kann ja weiterhören. Okay. Okay. Oh, what the fuck. Komm, Druckaufbau. Wir müssen Druckaufbau. Äh. Äh. Ei, ei, ei. Oh, rauszwicken. Oh, geil. Yeah. Brauner Rosenstrauß. Enthusiastischer Kacker oder keine Ahnung was. Äh, arg. Lalalalala. 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 Hi. Geil. Sternekostüm. Ja, also wir würden niemals ein fremdes Haus durchsuchen. Vor allem während die Eltern im Wohnzimmer sitzen. Das würden wir niemals nicht machen. Ich würde jetzt... Auf die Idee würde ich niemals kommen. Genauso wenig, wie ich bei Elex und Mana schreien beklauen würde. Ich meine, wer kommt denn schon auf so eine Idee? Lalalala. Gibt's hier in der Garage noch was? Ne, die ist gesperrt. Oh. Lalalala. Bei wem sind wir hier zuhause? Tudum, tudum. Ih. Ach, die, die Gothic-Tante. Ey, hallo. Ey, hallo. Ey, hallo. Ja, deswegen darf ich dich auch beklauen. Nö, bin ich nicht. Keine Sorge. Lalalala. Guten Tag, Frau... Frau Henrietta. Hallo. Wer ist denn Paredly? Na komm, erst mal deine Crunchies. Du kannst eher an nichts anderes denken. Und mir fällt grad auf, unsere Kapuze ist dreckig. Geht ja mal gar nicht. Hallo, jemand zuhause? Oh Gott. Ähm, hallo. Hallo. Ja, okay. Haha. Das ist schön, wie Text und Sprache nicht zusammenpassen. Machen wir trotzdem ein Selfie? Ne, ich wollte dich fragen nach einem Selfie. Hallo. Und du? Du? Du auch? Hallo? Hallo, Selfies? Hallo? Oh. Alles klar, Leute. Gott, sind die deprimierend. Uah. Ich. Komm hier. Okay. Das ist wirklich deprimierend. Yay. Ne Gothic Toilette. Mal sehen, ob da schwarzer Schiss rauskommt. Ja, da. Halten. Halten. Ähm. Oh. Oh. Äh. Okay. Druckaufbauern. Wir brauchen mehr Druck. Alter. Was für eklige Bewegungen. Oh. Erstmal raus damit. Geil. Hat Metro-Sexuellen was? Bauenes Foodlong. Okay. Ja, ich. Ich nehme das erstmal alles mit, ne? Wir müssen ja stolz auf unseren Schiss sein. Oh. Und hier ist noch ein Zimmer. Ach, das ist der Bruder oder was? Bradley? Oder wie er heißt? Henry hat das Buch. Wichtiger Gegenstand. Äh. Ist das das Buch, das wir wiederholen sollten? Ne, ne? Sag ich mal her. Hallo. Ja, dann halt nicht. Oh Gott. Jetzt geht's los. Wow. Wow. Äh. 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 Ich weiß nicht. Haben wir... Haben wir ein Feuerzeug? Ja, wie zünden wir denn die heiligen Kerzen an? Wir haben kein Feuerzeug. Hab ich doch. Okay, du benötigst eine neue Fähigkeit, um dieses Dings zu machen. Oh. Oh. Jetzt wird eine Spieße an. Ja, würde ich ganz gerne. Aber dazu brauche ich eine neue Fähigkeit, die ich noch nicht habe. Kann ich die irgendwo lernen? Warte mal. Charakterbogen. Blaster. Wo kriegen wir denn unsere Fähigkeiten her? Ja. Das wüsste ich jetzt ganz gerne mal. Aber hey. Ah. Oh. Wir können hier auf jeden Fall schon auf unsere Verbündeten zurückgreifen. Wer ist er denn? Toolsheet. Unbekannter Verbündeter. Stan. Der Gadget Meister. Ach, deswegen Toolsheet. Okay. Und Humankind. Kite Alien. Asexuelles, genderneutrales Kite Alien. Alles klar. Gesinnung, Rechtschaffen, Religion, Kiteismus. Machtquelle, Sonnenwinde und Kryptonitmarm. Ja gut. Für den Rest müssen wir dann wahrscheinlich noch weiter leveln. Könnten wir uns jetzt mittlerweile einen BH aufsetzen. Oh Gott. Das sieht alles so furchtbar aus. Oh, die Sterne. Ne, wir bleiben bei den Streifen, die wir haben. Haben wir hier Verbrauchsgegenstände. Ja. Wiederbelebung. Sie belebt einen gefallenes Teammitglied wieder und stellt bei ihm Gesundheit wieder her. Geil. Drogenfläschchen. Du hast Geralts Zimmer gefunden. Zeig es ihm. Er hat einiges zu erklären. Ah, okay. Super. Geralt sollte wissen, was damit zu tun ist. Das hast du in Geralts Zimmer gefunden. Wer ist denn Geralt? Wer zum Henker ist Geralt? Geralt, wer bist du? Warte. Kunstagram. Haben wir schon ein Selfie mit Geralt? Ähm, Liste der gefolgten Nutzer. Bossbote, Matti, Ike, Kevin, ne. Kevin Stooli? Okay. Ne, Geralt haben wir noch nicht. Zurückgefolgt. Heiß. Lol. Foto am Gewinn. Kunsterbild. Folge mir. Wunderarsch. Yolo. Ich. Alles klar. Geralt, wer war denn? Wer ist denn Geralt? Da ist ne Schatzkiste. Da ist ne Schatzkiste. Wie kommen wir da hin? Ich will da hin. Verdammt. Warte mal, kann ich das Ding hier mit dem Furz abwerfen? Ne. Aber, okay, gegenhauen kann ich auch nicht. Aber hier kann ich gegenhauen. Oder? Hä? Wie hat man denn nochmal diese Dinger kaputt gemacht? Bin ich jetzt doof oder so? Wir konnten doch... Hä? Wir konnten doch Risse kaputt machen, oder? Bin ich grad ganz doll durcheinander. Wie ging das nochmal? Hatten wir nicht schonmal so'n Riss kaputt gemacht? Gott, ich weiß es nicht mehr. Göttlicher Verstärker-Rezepten. Nice. Klopf, klopf. Jemand da? Wow. Das Kostüm. Oh, wow. Jeeey. Der schwule Supercrack. Will ich mit dir da runter gehen? Okay. Aber ich wusste doch, dass ich die Dinger da kaputt machen kann. Hm. Plündere die Kiste voller Knallfrösche. Die hier? Ja. Knallfrösche! Äh, nutze Knallfrösche um Strike herauszuscheuchen. Äh, ganz oben in der Lüftung oder was? Da oben. Äh, halte LT gedrückt um den Untersuchungsmodus zu wechseln. Ja, bin ich. Ziele mit L auf das gesprungene Objekt. Ja. Drücke X und Knallfrösche. Ah, jetzt können wir. Ja. Ja, jetzt können wir da rein. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ja auch so. Ja, ja. Ja, ja. Klar, ich bin Blaster, welches Ding, das da, komm her boy, oi, jetzt sollte er aber betäubt sein, ja. Jaääääii, Verbündeter freigeschalten, supercrack! Weil ich wissen, was der für super Fähigkeiten hat, mit seinem super Kostüm. Alles klar. Ja, Selfie Time! Ah. Wow, wir gucken beide so begeistert. Geil. Yay Boy! Oder? Hast du uns noch irgendwas zu erzählen? Nein. Okay, ciao. Oh, hallo Vater. Wir wollen hier nur ganz kurz mal eure Küche plündern. Jawohl, ein Rezept für einen Wiederbelebungstrank. Das können wir garantiert noch gut gebrauchen. Nö. Okay, finde 10 Yahoi ins Housepark. Ah, okay. Eins hatten wir glaube ich sogar schon gefunden, oder? Ja, wenn ich mich nicht täusche, hatten wir echt schon eins gefunden irgendwo. Ich weiß noch nicht mehr wo. Hm. So. Aber wie immer wird hier erstmal alles ausgeplündert. Yay, Schränke! Okay, da können wir nichts machen. Yay. Oh, oh, oh. Wir machen einfach alles kaputt. Ich weiß nicht. Das war schon so. Oh komm, lass mal wieder einen richtig geilen Schiss absondern. Okay. Das war schon, oder was? Das war ja ne relativ einfache Toilette. Okay. Oh. Warum sind hier Haare im Wasser? Okay. Schnell weiter. Gibt's hier noch irgendwas? What? Okay, ciao. Wie krass ist die denn drauf? Okay. Ja, doch. Hier haben wir alles durch. Lalalala. Ihr seid mir zu gestört. Lalalala. Servicetreue nehmen wir von Jessica im Gegensatz zu dem anderen. Ich bin nicht mit der Post. Yay, auf zum Kuhnversteck! Ah, das machen wir in der nächsten Folge. Oh, hallo, Selfie. Hallo. Warte, das kann ich noch besser. Das kann ich noch besser. Ja, okay. Auf ins Kuhnversteck! Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss! 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 Tschüss!